Das ist eine der schwersten Stunden, die ich je erlebt habe. Nicht nur für mich, ganz besonders für die Familien und für die Kameraden. Und es ist, dass wir einen Kameraden verloren haben, der ein wirkliches Vorbild war. Er war seit dem achten Lebensjahr mit Herz und Seele Feuerwehrmann. Er war immer einer der Ersten mit am Einsatzort. Und er hat Feuerwehr gelebt. Und es trifft uns so tief, dass uns die Worte fehlen. Ja, es ist die schwerste Stunde meiner bisherigen Amtszeit. Ich bin tief betroffen. Ich habe den Angehörigen kondoliert. Ich habe mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Bad Salzungen gesprochen. Ich habe mir nochmal den Hergang schildern lassen. Und jetzt ist eigentlich für mich heute und hier nur die Gelegenheit, mein Mitgefühl auszudrücken. Und den Kameradinnen und Kameraden zu danken. Nicht nur hier, in Bad Salzungen, wo dieses dramatische Ereignis passiert ist, dieser schreckliche Unfall, sondern im ganzen Land. Dass die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eine unglaubliche wertvolle Arbeit, einen unglaublich wertvollen Dienst für uns alle leisten. Sie sind ehrenamtlich, ohne Bezahlung, sehr oft in der Freizeit, im Notfall auch 24 Stunden, sind sie für uns da und schützen uns und retten unsere Bürger. Und das muss man einfach wertschätzen und in Achtung entgegenbringen. Und unser verstorbener Kamerad wird für uns immer in Erinnerung bleiben und er wird für uns immer ein Vorbild sein. Bad Salzungen trauert.